Schau dir mal vor, jetzt kannst du mal online gegeneinander zocken. Das wäre auch voll krank. Hm. Ich bin auch sehr gespannt, was jetzt hier abgeht. Ja, nochmal gegen dich ein. Und das Ende hiervon habe ich gehasst. Weil das war echt krank gewesen, da diese paar Places nur. Hahaha, ein weiteres Mal kämpfen gegeneinander. Ich bekomme es erstmal da nicht weiter. Krass da aus. Oh, zu langsam. Was ist denn jetzt los hier? Muss ich jetzt wieder auf den einen stellen, Mist. Oh, falsche Leiter. Okay, hat noch gereicht. Erstmal für den ersten Kacktry hier. Das ist jetzt unordentlich. Habe ich echt von ihm holen lassen? Nein. Oh, ich bin gerade gar nicht drinne bei dem hier. Hätte ich aber ein besseres Movement schon mal gehabt. Oh. 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 so hat er mich erwischt oder ich habe nicht mehr fehlen ich muss jetzt aufpassen nein ich habe nicht aufgepasst oh gott ich habe verloren gegen ihn verdammte scheiße warum warum denn jetzt gegen ihn so unnötig doch einer easy spot ja vorhin ging es einigermaßen aber krass dass der eine so lange bei dem anderen da gebraucht hatte ne der nicht dann gut gekontert hatte eigentlich dann kann ich meinen punkt ist wieder und hallöchen an die ganzen neuen viewer ich bin hier beim zweiten run ich will jetzt wieder zu meiner fünf kommen wir kommen weiter gegen ihn weg von mir du Vieh nein falsch nein falsch los 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 weg mit dir los 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 weg mit dir ja ok na warte ich bin nicht getroffen ok erstmal weiter gehts Ah, unnötig Damage Na, jetzt kommt wieder die Kacke Das muss ja auch passen Hatsch nun erstmal weiter los 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 ist mir echt auf die sacke es kommt die scheiße hier wieder ok was hat das denn Oha, jetzt hab ich mich aber komplett reinholen lassen. Oha, hat das noch gereicht? Okay, letzte. Oha, jetzt kommt diese ganz krasse Phase. Okay, mal wieder auf geht's. Okay, nein. 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 Ah, Mist, jetzt hab ich das doch verkackt. Diese letzte Phase, die ist schon echt krank. Ja, da muss ich echt aufpassen. Ja, jetzt zweimal noch, guck mal, das geht. Ich muss nur konzentriert bleiben, das ist wichtig. Oha, da hat's voll geleckt gerade, oh. Das war knapp. Nein, oh, da hat er ihn noch treffen lassen. Oh, 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 oh. Nein, was mach ich da? Ah, jetzt hab ich mich die ganze Zeit getroffen. Was? Das hat mich getroffen. Nein. Oh Gott, jetzt muss ich's nochmal machen. Ich darf nicht so viele Hitze mehr bekommen. Das ist so wichtig. Ja, ein bisschen Damage. Oh, da hab ich mich ein bisschen... Oh, okay. Oh nein, oh nein. Jawoll. Ja, ich hab's in dem Try wenigstens gemacht, ne? War knapp am Ende. Aber ich hab's in dem Try noch geschafft. Sehr geil. Also wieder zum nächsten... Ja, gleich sind wir dann doch dann da, wo wir hinwollen. Das ist schon sehr cool. Das war mein zweites. weil ich nach dem 5. Boss habe ich ein Ending und jetzt muss ich von den 3. Ja, aber es geht noch weiter, ne? Wieder noch ganz gut aus, jetzt nehmen wir uns den nächsten vor, den kennen wir ja auch noch gut und danach weiß er nicht mehr, was war.